Vielleicht sollten wir, äh, umdrehen... oder nicht. Nein, wir sollten nicht so rum... umdrehen. Schrei doch nicht immer so, meine Fressen. Dieser Mann ist richtig in meinem Gesicht. Oh oh. Weil man ja auch den Baum kaputt machen muss. Weil man die Türen ja nicht einfach aufmachen kann. Oh, das ist nur gelingt, ja. Mehr Wasser? Viel mehr. Wenn wir aktivieren, könnten sie alle diese Endermen, während wir zur Sicherheit gehen. Können wir die Kontrolle von hier erreichen? Die Lever! Es ist genau da! Ja, bist du auch direkt in der Nähe, also. Ich seh da jetzt kein Problem. Hallo Enderman. Schiech! 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 Äh... Ziehen! Klick! Die Falltür ist offen, das haben wir uns gezeigt, aber... Oh, wir müssen schwimmen. Wir sollten nicht einfach so warten. Hallo. Boah, guck mal, man kann tauchen. Das ist ja geil. Moment, da drüben ist die Falle. Und wir haben sogar nur begrenzt Luft. Geil doch Scheiß. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwie Kacke bauen würden, würden wir vielleicht sterben. Och, die Petra. Komm schon. Ja genau, weil sich eine Blase ja auch so lange hält. Jetzt gehe. Oh mein Gott. Dass die sich immer so hier in Lebensgefahr begeben müssen, ey. Jetzt kommt wieder Axel und landet da auf, Dingens. Auf, auf, auf. Ach ne, da ist er schon. Okay. Äh... Klick. Hup. Schön. Ich würde sagen, wenn die sich alle so... Langsam. Was mir grad auch auffällt. Ich hab doch gesagt, da ist ein Lever. Ich hab doch vorhin gesagt, ich soll... Also der soll sagen, von wegen hier, ähm... Weil wir brauchen deine... äh... Formel der Worm 4. Aber irgendwie hat er das nicht gesagt. Haha. Voll die Badass-Eisen-Guldems. Krass der Scheiß. Das war cool. Ich weiß ja, dass die uns nicht angreifen. Ich bin nicht angreifen. Ich bin nicht angreifen. Ich bin nicht angreifen. Ich bin nicht angreifen. Ich denke, es heißt, dass das werden, Olivia, wie ich das besser machen würde, als Axel, aber warum? Warum? Weil sie cooler ist. Ich weiß, dass es cool ist, aber die einzige Dinge, die wir hier brauchen, sind die Fremidabon. Die Lüte sagt, dass du falsch bist. Ich werde nur den Super TNT holen. Es ist genau da oben. Wie geht es da oben? Oh, ich habe meine Reise. Hahaha, das ist ja geil. Oh, und fühle mich frei, sich selbst zu helfen. Mache sicher, dass du ein Augenblick auf den Fremidabon bekommst, um das Fremidabon zu machen. Wie viel? Vier. Okay. Was ist mit Axel? Ich denke, der wollte hier auch looten. Oh, der Arme. Also manchmal kann er einem schon leid tun. Peng? Okay, Peng. Reden. Sind wir beide okay? Es ist wirklich schlecht geworden. Ein Teil von mir ist, dass... wenn wir den Widersturm bomben, diese Krankheit wird einfach... ...dissipieren. Das wäre sicher schön, hm? Das macht Sinn, nicht wahr? Wir fokussieren uns auf diese verrückten Bombe, hm? Okay, wir müssen erstmal die Bombe bauen, weil sonst funktioniert klar nichts. Aber scheinbar hat die das dem mittlerweile gesagt. Weil... Ne? Und so. Hey, das ist ein Knopf. Klick. Rühren. Was macht der? Oh. Okay, dann können wir hier einfach meinen Kratz eingerüben. Nicht schlecht. Und den können wir dann gleich abhauen. Das ist gut. Cool. Ähm... Gucken wir mal, was ist denn hier in der Truhe drin? Oh, hier gibt's ja überhaupt nichts außer Schwarzpulver. Er hat doch gesagt, wir sollen uns bedienen. Und dann kriegen wir nur Schwarzpulver. Jetzt haben wir acht, glaub ich, oder? Geht ihr da ein? Soren! Jesse! Ich denke, ich habe jetzt fast genug Schwarzpulver. Glücklich zu hören. Und Jesse, ich bin sehr entschuldig, dass ich das nicht so organisiert habe, wie ich sollte. Ich war sehr verarscht. Und das ist mein Super-TNT. Das sieht ein bisschen dörstlich aus. Aber ich dachte, Super-TNT war die Formidabomb. Natürlich nicht! Sie sind zwei völlig verschiedene Worte, nicht wahr? Wir bauen uns eine Formidabomb. Ja, wir bauen uns. Wie bauen wir uns eine Formidabomb, genau? Wir kombinieren das mit den Kratzen? Die Rezepte der Kratzen ist ziemlich einfach. Super-TNT in der Mitte, und Kratzen in der Kratzen. Ich verstehe! Nein! Nein, 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 nein! Die Ingedienste sind sehr nicht stabil, sogar die in der Nähe von uns zu befinden. Okay, wir haben noch nicht die Formidabomb, aber zumindest haben wir die Ingedienste, um sie zu bauen. Progresse! Und jetzt, dass wir sie haben, wir... Wir? Wir? Ich bin wirklich nicht erinnern. Du musst mich ein bisschen helfen, Jesse. Uh... Wir brauchen trotzdem noch Magnus und Eligard, um dieses Ding zu nutzen. Komm, ja, die brauchen wir schon. Ivor ist mir jetzt im Moment ziemlich scheißegal worden, ne? Kann der, denke ich, nicht so viel anstellen? Wobei... Ich meine, Ivor hat's ja auch hingekriegt, diesen Witherstone zu bauen. Okay. Wow! Okay, das ist nice. Nicht schlecht. Blockbuster. Das hat ja gut funktioniert. Hä, was ist denn los mit denen? Warum haben die da nichts vorbei? Ah, guck mal, da sind die doch krasser Scheiß. Aber hier sind so Partikel. Heißt das etwa, dass dieser Witherstone hier ist? Ich könnte dich vorhin benutzen. Haha. Du bist nur in Zeit, um die Trophäe zu halten, ne? Ich bin glücklich, dass du okay bist. Das sieht aus wie okay zu dir! Ich dachte, Ivor kommt, dich zu holen. Ivor? Wir haben ihn noch nicht gesehen. Okay, dann... ...was... ...doch ein bisschen gemein, dass die einfach so aufgenommen sind. ...Worring du das. Ich bin anders. Ich bin. Ich bin. Jetzt Vamos. Ja, ich bin. Das ist's. Femidabomb. Das ist sie. Ja, von Schwannya. Das ist sie. Das ist ihr. Es bist du. Tien sind. Hallo, oder Freunde. Okay, wir sollten vielleicht irgendwas machen, vielleicht auch nicht, dass das Teil so ganz freundlich ist. Hmm.